Ein wenig esoterische Gehirnmanipulation gefällig? Love ASMR Was gibt's denn? Fangen wir doch mal oben an Rehanisch Passt doch Buntes Zeugs, ich muss ja flüstern Wie nehmen wir denn? Uh, Macarons Kann ja nur gut sein Kann ja nur gut sein So Ja, jetzt haben sie flüstert ASMR Jetzt die 귀여운 Mochi-Mochi-Han Maschimeloh Machen wir mal Dalki-Maschimeloh Machen wir mal Na ja, Tickles bei euch schon Emihin Totami Sohnte Amat Machen wir Sohnte 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 Ja, Muster, Frauen, Jung, ein Haarreifen, SMA-Trek, Star Trek und Esoterik, kommen wir nicht dran vorbei, jetzt auch noch Star Wars. Tja, ich spoiler jetzt mal, sie erzählt 17 Minuten, 15 Minuten, wo sie ihre Brille hat, das soll's gewesen sein, aber es gibt noch mehr, viel Spaß.